ja hallo ich mache heute mal ein kleines favoriten video von den produkten die ich persönlich am liebsten benutze am häufigsten benutze und da fangen wir mal bei den shampoos an da benutze ich sehr gerne hier drüben an am besten bildhämmer orthowash großbritannien kommt das produkt her ist ein sehr sehr hoch konzentriertes shampoo also ich komme bei einem vollen galonen wascheimer mit ungefähr acht millilitern aus da ist er dann wirklich randvoll bis oben in der eimer also sehr sehr geringe konzentration sehr hohe konzentration sehr geringer verbrauch gleitet sehr schön auf dem lack ist geruchslos leider aber wie gesagt sehr sehr hoch konzentriert dann chemical guys black light shampoo auch ein sehr sehr schönes shampoo nutze ich sehr sehr gerne aber nicht aus dem grund wegen des herstellerversprechens chemical guys sagt ja dass das shampoo ein erhöhten oder zusätzlichen glanzeffekt aus dem lack herausholen soll was definitiv nicht der fall ist also das kann ich auch so wiedergeben dass es definitiv nicht so ist aber es ist ein shampoo was sehr sehr schön gleitet sehr sehr schön gleitfilm erzeugt was sehr sehr stark nach blaubehre riecht und diesen ruch kann man nimmt man dann auch während der fahrzeugwäsche war es ist nicht so dass man es in einmal reingibt dass der shampoo dass der duft dann ja schnell verfliegt sondern ist halt während der handwäsche noch wahrnehmbar und deswegen benutze ich das sehr gerne dadurch dass aber hier wohl glanz verstärker oder glanz additive drin sind hinterlässt es natürlich auch was auf dem lack und das muss man natürlich beachten wenn man jetzt im nachhinein dann noch ein lackschutzprodukt auftragen möchte das ist ein sprühwachs oder eine sprühversiegelung ich benutze das shampoo meistens dann wenn ich das fahrzeug wasche und anschließend knete oder sogar polieren weil da spielt es im grunde eh keine rolle ob das shampoo irgendwas hinterlässt weil man gut ja spätestens mit polieren runter eigentlich schon mit dem kneten und ja dann feierball ultimate car shampoo auch ein relativ hochkonsentriertes shampoo 1 zu 1000 bis 1 zu 1500 auch erzeugt sehr sehr schön gleitfilm schäumt schön auf und riecht sehr sehr angenehm ich kann aber in die genaue duftrichtung jetzt nicht sagen ist so ein bisschen frische mäßig ein bisschen süßlich auch und duft her werde ich ganz nicht genau definieren aber sehr sehr angenehm riechend ortho finesse lava in der chocolate version riecht finde ich sehr sehr stark nach karamellschokolade mag ich total gerne den geruch leider muss man sagen das ist so der einzige punkt den ich nachteilhaft finde den geruch selber nimmt man bei der handwäsche selbst eigentlich so gut wie gar nicht wahr also wenn man es in den wascheimer reinkippt dann kommt einem dieser schokoladen duft noch entgegen aber bei der handwäsche selber nimmt man den kaum eigentlich war aber ansonsten sehr schöne shampoo schäumt sehr schön aufgeleitet sehr sehr schön auf dem lack dann dr wack 1 beat shampoo das ist ein bisschen außerhalb der reihe eigentlich weil das ein shampoo ist was geruchslos ist aus meiner sicht keinen spezifischen duft hat ich bin ja schon jemand sage ich mal der gerne produkte verwendet die einen angenehmen duft mit bei haben bei dem shampoo ist es eben nicht so das ist geruchslos ich nutze es trotzdem sehr sehr gerne weil es sehr schön aufschäumt und einen unheimlich schönen gleitfilm erzeugt also aus meiner sicht somit eines der besten shampoos piano treuen shampoos was den gleitfilm betrifft oder das gleitverhalten betrifft und jean q2m barflas versiegelung shampoo es ist eigentlich so dass versiegelung schampo was ich wenn ich sind mal benutze ich nutze jetzt nicht ist allzu oft versiegelung shampoos wenn dann im winter eigentlich eher aber das ist so das shampoo was ich eigentlich dann benutze erzeugt ein sehr sehr schönes abwehrverhalten was auch einigermaßen lange hält eins ist der nachteil aus meiner sicht ist es oder zwei nachteile kann man sagen es ist einigermaßen teuer kann man sagen und man hat doch einen recht hohen verbrauch weil ich mache es halt so dass ich glaube 40 milliliter in den wascheimer rein kippe und dann zusätzlich noch produkt in den waschhandschuhe selber reingebe bevor ich mit dem handschuh auf den fahrzeuglack gehe dadurch hat man halt einen sehr hohen verbrauch ist mäßig aber damit auf diese weise bekommt man auch die beste performance hin ja bei den snowforms eigentlich zwei klassiker bochchemie gentle snowform und sonax extreme bridgeform beide finde ich sehr ähnlich weiter haben sehr ähnlichen duft also kirsche beere sowas in der richtung beide haben eine ähnliche reinigungsleistung wobei das mit form tendenziell noch ein bisschen besser ist von der reinigungsleistung beide erzeugen ein schönes stabiles schaumbild und beide produkte sind ja kommen die produkte sprich shampoo und snowform in einem man kann es als norm für die vorwäsche benutzen und genauso auch als auto shampoo für die handwäsche dann change snowform change ist ja glaube ich ein deutscher hersteller ein sehr kleiner hersteller ich mag die produkte sehr gerne weil ich finde die optisch so recht ansprechend in diesen schwarzen flaschen relativ schlicht eigentlich aber sehr ansprechend erzeugt ein sehr schönes schaumbild hat eine vernünftige reinigungsleistung nicht ganz so gut wie der kochchemie und der sonax in der reinigungsleistung aber trotzdem noch gut und riecht auch sehr sehr angenehm geht es ja so unsere frische duftrichtung süßliche frische duftrichtung kann man sagen aber genau definieren kann ich das jetzt auch nicht dann fireball ultimate active snowform auch ein sehr sehr schöner form erzeugt ein sehr schönes stabiles schaumbild gute reinigungsleistung sehr angenehmer duft auch hier kann ich es nicht genau definieren ist aber ähnlich von der duftrichtung wie das ultimate car shampoo eigentlich also bin ich sehr angenehm und das ist so ein spezial produkt kann man fast sagen der auto bright direct magic form das ist ja ein alkalischer form ich glaube ph 11,0 in den dreh herum ist ein bisschen mit vorsicht zu genießen also ich würde ihn jetzt nicht so wie die regelmäßige fahrzeugwäsche einsetzen weil der hat wirklich schon eine sehr starke reinigungsleistung hat der wird euch mit sicherheit versiegelung sprühversiegelung sprühwachse auch pack auf pace packs anlösen aber hat eine wirklich sehr sehr gute reinigungsleistung und was mich am meisten begeistert ist das schaumbild also ich habe von keinem snowform so ein schönes stabiles schaumbild gesehen man sprüht das produkt auf der schaum verflüchtigt sich nicht nach fünf minuten oder so sondern der bleibt wirklich zehn minuten vierte stunde so bestehen wie man ihn eigentlich aufgesprüht hat also läuft unheimlich langsam da unten weg und ja sehr schöner form aber wert ist mehr so für wirklich stark verschmutzte fahrzeuge oder wenn man halt ein bestrecks zum beispiel drauf hat sprühversiegelung erste davon möchte das jetzt runter haben also runter waschen um halt zum beispiel neues lax schutz produkt aufzutragen dafür kann man das produkt sehr sehr gut verbinden bei den apcs und noch mal kurz ein bisschen anstrengend hier im sitzen im knien bei den apcs nutze ich sehr gern den koch chemie green star klassiker mittlerweile in der auto pflege szene 1 ich glaube ja der 12,5 ist sich sehr gut verdünnen hat eine sehr gute reinigungsleistung kann man für ziemlich sämtliche oberflächen benutzen ist ein sehr guter rounder und der change apc der muss ich sagen gefällt mir auch sehr sehr gut hat schon eine gute reinigungsleistung was mir bei dem besonders gefällt ist der riecht sehr angenehm orange das habe ich so bei einem apc ist auch noch nicht so gesehen der dritte apc im bunde wäre jetzt der sonax multistar der hatte auch ein einigermaßen angenehmen duft mit bei ich finde aber der change apc vom duft her doch mal ein tick angenehmer und ja wie gesagt hat auch eine sehr gute reinigungsleistung wie ich finde deswegen nutze ich den auch sehr gerne dann koch chemie eulex das ist ja mehr so ein spezialprodukt ist ja ein klebstoff entferner funktioniert wirklich sehr sehr gut um baumharz zum beispiel zu entfernen ist aber auch ein bisschen vorsichtig genießen riecht sehr sehr stark nach lösemitteln und ich würde auch handschuhe tragen bei der anwendung und wenn man den auf dem lack anwendet also punktuell zum beispiel baumharz entfernt mit dem tuch würde ich auch mit klarem wasser noch mal hinterher spielen um halt wirklich so die reste von dem reiniger darunter zu holen weil das ist schon sehr aggressiver reiniger so dann gehen wir mal oben bei den glasreinigern koch chemie speed glass cleaner nutze ich sehr gerne ist eigentlich auch fast ein klassiker mittlerweile in der autopflege ja lässt sich sehr gut verarbeiten hat eine vernünftige reinigungsleistung nicht angenehm nach eisbonbon würde ich mal definieren die großrichtung dann liquid elements cio ist einer meiner lieblings glasreiniger riecht sehr sehr angenehm nach ja ich glaube cherry kick heißt die duftrichtung also kirsch cola gefällt mir unheimlich gut generell muss man bei glasreinigern ja sagen aus meiner erfahrung sind die eigentlich fast alle gleich bis also ähnlich bis gleich kann man sagen ja die reinigen eigentlich alle die arbeiten alle streiten und schlieren frei wenn man es richtig tuch verwendet ich glaube der die unterschiede überhaupt sind nur noch im preis und der füllmenge und eben dem geruch also ob sie einen spezifischen duft mit brei haben oder eben nicht dann riechen sie meistens nach alkohol dann mcwaiers perfect clarity glas cleaner mag ich auch sehr sehr gerne ich glaube es war einer meiner ersten glasreiniger die ich mir zugelicht hatte ich finde erricht sehr angenehm nach vanille so würde ich die duftrichtung mal definieren auch hier macht was er machen soll als glasreiniger ist aber auch in deutschland muss man sagen recht teuer also ich glaube um die 15 euro kostet die flasche damit ist ja schon so ziemlich einer der teuersten glasreiniger die ich persönlich so auf dem deutschen markt hätte liquid elements quartz nano das ist ein glasreiniger mit versiegelungsbestandteilen der gut arbeitet also eine vernünftige versiegelung schicht hinterlässt ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer dedizierten glasversiegelung muss man ganz klar sagen aber so bei 80 85 km h gefahrener geschwindigkeit geht das halt los dass die wassertropfen nach innen weg fliegen standzeit geht so richtung zwei bis drei wochen würde ich sagen das ist eigentlich finde ich okay für ein glasreiniger mit versiegelungsbestandteilen weil da gibt es auch nicht so viele auf dem markt und noch weniger die auch wirklich gut funktionieren dann wizard of gloss neo die nutze ich auch sehr sehr gern hat einen sehr angenehmen fruchtigen duft ja das ist eigentlich im grund auch der grund warum ich den sehr gern nutze wie gesagt bei glasreinigern funktionieren tun die eigentlich alle da ist es fast egal welchen man ja welchen man sich bestellt oder welchen man nutzt wie hat mich nutzt inhalt sehr sehr gern auch aufgrund des geruches und dann gibt es noch ein produkt da muss ich mal gucken ob ich hier ankomme ohne was auszuschmeißen adbl hybrid glass den gibt es ja glaube ich letztes jahr auf dem markt von adbl ist ein glasreiniger mit versiegelungsbestandteilen und da muss ich sagen der gefällt mir noch besser wie der liquid elements auch hier so bei 80 kmh geht es ungefähr los dass die wassertropfen nach hinten weg fliegen schöne versiegelung hinter hinterlässt da schönes abwehrverhalten und was mir bei dem auffällt ist man kennt das ja so von sprühbaren versiegelungsprodukten dass die eine gewisse glätte hinterlassen auf der oberfläche beim lack zum beispiel kennt man das von sprühwachsen teilweise von sprühversiegelung dass sich so eine gewisse lacklätte hinterlassen bei glasreiniger mit versiegelungsbestandteilen ist es ähnlich nur ist es halt so dass diese glätte halt sehr schnell verschwindet wie auf dem lack eigentlich auch bei sprühbaren versiegelungsprodukten sprich nach ein bis zwei tagen ist ihnen ja diese glätte verschwunden und das ist bei dem nicht so der fall also ich hatte den einmal angewendet und habe das nächstes das nächste mal das fahrzeug ich glaube nach zwei wochen gewaschen mit geheiligt dann mit dem ich glaube mit dem tugalin glasreiniger von tugas chemie und war erstaunt gewesen weil ich immer noch eine relativ starke glätte feststellen konnte danach war die dann auch verschwunden gewesen aber das hatte ich jetzt so auch noch nicht gehabt als wir hatten gefällt mir sehr sehr gut bei den insekten entfernen cabro back out ist ja relativ teurer insekten entferner muss man sagen aber eine sehr sehr gute reinigungsleistung also da gibt es eigentlich nicht viel zu beanstanden sonax insekten entfernen der rote und ich würde mal kurz raus der muss ich sagen gefällt mir auch sehr sehr gut hat eine sehr gute reinigungsleistung und den gibt es eigentlich fast überall zu kaufen also eine gute verfügbarkeit die muss man jetzt nicht zwangsläufig im internet bestellen dann wizard of gloss bug den habe ich jetzt zwei drei mal angewendet im sommer gefällt mir eigentlich auch ganz gut hat auch eine gute reinigungsleistung nicht ganz so gut wie die anderen beiden aber doch also von der einigungsleistung finde ich den völlig in ordnung und ja ich glaube der meist benutzendste von mir ist ein klassiker dr wac cw 100 kennt glaube ich viele sehr sehr gute reinigungsleistung mit die stärkste eigentlich von allen insekten entfernen am markt aus meiner sicht besonders gut gefällt mir halt diese gelartige konsistenz das führt eben dazu dass er sehr sehr lange auf dem lack haftet und eben dementsprechend lange einwirken kann so dann gehen wir mal kurz rüber zu den felgenreinigern fangen wir mal an sonax extreme felgenreiniger plus den nutze ich sehr sehr gerne bei stark verschmutzten felgen sehr sehr gute reinigungsleistung obwohl ja die konkurrenz in den letzten jahren ja doch deutlich gewachsen ist ist er immer noch eine top felgenreiniger auf dem markt meiner meinung nach riecht typisch felgenreiniger mäßig aber ich finde den geruch jetzt auch nicht extrem unangenehm also ist erträglich dr wac p21s power gel das ist ja im grunde die alte version fast schon vom p21s felgenreiniger ich finde den aber immer noch sehr sehr gut hat eine sehr sehr gute reinigungsleistung und ich finde auch die farbe irgendwie ganz nett diese pinke farbe die man halt aufsprüht aber wie gesagt von der reinigungsleistung auch echt top koch chemie ja ja reactive rust remover das ist ja eigentlich der flugrost entferner von denen funktioniert als auch als flugrost entferner sehr sehr gut aber als felgenreiniger wirklich eine super reinigungsleistung vor allem der geruch gefällt mir echt gut weil er riecht halt nicht so typisch felgenreiniger mäßig also wenn man ihn aufsprüht kommt einem so ein relativ starker ja mandelgeruch würde ich sagen entgegen und wenn man ihn halt runter sprüht von der felge verteilt sich der duft in der gesamten waschbox und das finde ich immer wieder super generell ist jetzt der geruch beim felgenreiniger für mich jetzt nicht ausschlaggebend weil wenn man ehrlich sind 80 ich würde mal sagen über 80 prozent aller felgenreiniger auf dem markt die stinken und es gibt nur wenige auf dem markt die wirklich einen angenehmen geruch haben deswegen finde ich sollte man auch den felgenreiniger jetzt nicht am geruch zum beispiel messen sondern eher wirklich an der reinigungsleistung aber wizard of gloss nuke es ist wirklich so einer meiner lieblings felgenreiniger weil er hat eine vernünftige reinigungsleistung er kann jetzt nicht mit den top produkten auf dem markt mithalten wie zum beispiel den aber für die regelmäßige fahrzeugwäsche ich sag mal so alle zwei drei vielleicht auch alle fünf wochen ist er völlig ausreichend von der reinigungsleistung her und der riecht halt sehr sehr angenehm nach vanille wenn man ihn aufsprüht auch hier wenn man ihn runter sprüht von der felge verteilt sich der duft halt in der gesamten waschbox und das finde ich also vanille ist sowieso in duftrichtung die sehr sehr mag deswegen nutze ich den sehr sehr gern adbl vampire liquid muss ich sagen wirklich eine sehr gute reinigungsleistung was mir bei dem hat auffällt ist der wirk indikator ich habe noch keinen felgenreiniger gesehen wo der wirk indikator dermaßen schnell anschlägt also man sprüht ihn auf und ich sag mal zehn bis maximal 15 sekunden dauert es dann ist die ganze felge eigentlich knallrot vom wirk indikator bei den meisten anderen wie im sonax oder dr wac da kommt der wirk indikator halt ja ich sag mal langsamer da dauert es halt länger und bei dem ist wirklich das geht ratzfatz so schnell kann man gar nicht gucken finde ich ein nettes feature sage ich jetzt mal habe ich auch noch nicht gesehen aber wie jetzt auch von der reinigungsleistung her wirklich sehr sehr gut dann gehen wir mal was jetzt am besten ich würde sagen wir gehen mal zu den lackschutzprodukten da fangen wir mal an am besten mit den sprühwachsen sprich schrägstrich sprühversiegelung so würde ich mal unterteilen generell ich würde so in drei kategorien unterteilen sprühwachse sprühversiegelung dann die zweite kategorie wären die täler oder quick detailer und die ritte werden nassversiegelung und bei den sprühwachsen sprühversiegelung nutze ich das polish angel rapid wax gerne mal wissen wirklich muss man echt sagen teures produkt also der halbe liter hier kostet um die 30 euro sprich da ist man bei einem literpreis von circa 60 euro und aber das ist so ziemlich mit das teuerste lackschutzprodukt sprühbarer lackschutzprodukt was es auf dem markt eigentlich gibt also was ich so kenne aber ich finde der preis ist durchaus gerechtfertigt auch wenn man sich darüber streiten kann aber es ist ein produkt was sich unheimlich einfach verarbeiten lässt was eine unheimliche schönes abwehrfalten erzeugt also abwehrfalten mäßig bei den sprühbaren lackschutzprodukt ist das hier eigentlich schon in stufe erzeugt aber auch eine schöne lackglätte was sie nicht bei allen produkten sage ich mal der fall ist da komme ich gleich noch zu und man hat auch ein sehr gering verbrauch also ich komme für die halbe motorhaube brauche ich zwei sprühstöße ungefähr also wirklich ein sehr geringer verbrauch eigentlich aber es halten sie ja teures produkt muss man ganz klar sagen ja wie gesagt es bringt eigentlich im grunde alles mit was man sich ja wünschen würde von einem sprühbaren lackschutzprodukt hier rechts seht ihr ja den sonax extreme brillant shine detailer der ist ja von vom abwehrverhalten her auf einem ähnlichen oder gleichen niveau wie das rapidwex aber der bsd erzeugt einen sehr stumpfen lack im vergleich zum rapidwex und das ist halt auch etwas was glaube ich viele ja ich sage jetzt mal so ein bisschen stört beim bsd das halt wirklich diese sehr raue stumpfe lackkaptik hinterlässt es gibt noch ein anderes produkt das habe ich auch irgendwo zu stehen das adbs synthetik spraywax was eine gewisse lackglätte erzeugt was ich finde ich glatter ist als der bsd aber auch nicht so überragend ist von der lackglätte her das kann ich auch so aus eigener erfahrung bestätigen und das rapidwex ist da halt wirklich so hat halt alles im grunde genommen was man sich ja wünschen würde wahrscheinlich aber es halt wird vom preis her ziemlich teuer ansonsten nutze ich noch sehr gern das kv reload sprühversiegelung muss ich sagen lässt sich auch sehr einfach verarbeiten erzeugt eine gewisse lacklätte ist jetzt nicht übermäßig aber okay erzeugt ein schönes abwehrverhalten und hat auch eine vernünftige standzeit ist aber auch vom preis her wieder ein bisschen höher angesiedelt bei kapo ist generell jetzt auch ein etwas teurer hersteller dann adbl quickwax das ziehe ich persönlich sogar dem synthetik spraywax vor warum das quickwax erzeugt aus meiner sicht so ziemlich das gleiche abwehrverhalten wie das synthetik spraywax also sie sind fast auf einem niveau eigentlich aber das quickwax erzeugt erzeugt im gegensatz zum synthetik spraywax eine wirklich schöne lacklätte und klar von der standzeit her von der chemieresistenz her ist es nicht vergleichbar mit dem synthetik spraywax das hält definitiv länger ist auch chemieresistenter aber ja ich sag mal wenn man regelmäßig mal ein lackschutzprodukt auftragen möchte und ich glaube viele haben da einfach so ein bisschen das bedürfnis da mal alle paar wochen vielleicht alle zwei drei vier wochen mal wieder am auf dem fahrzeug ein neues produkt aufzutragen ja oder einfach halt ein lackschutz eben aufzutragen auszupolieren da finde ich dass das adbl quickwax völlig ausreichend und deswegen mag ich das auch sehr sehr gern und wird halt dem synthetik spraywax vorziehen also so meine persönliche meinung bei den detailern quick detail nutze ich zwei sehr gerne der jean q2m quick detailer ist ein genau behaltiger detailer lässt sich schön verarbeiten hat eine schöne lacklätte und ich sag mal das ist ein produkt was man gut nutzen kann um mal kleinere reinigungsarbeiten durchzuführen vollen staub blüten staub zu entfernen oder auf vogelkot für die tür einstiegsleisten also für die reinigung der tür einstiegsleisten nutze ich das gerne mal nach der wäsche und ja das ist auch so ich sag mal das was ich von dem quick detailer eigentlich halte dass man halt damit kleine reinigungsarbeiten machen kann ja polen blütenstaub vogelkot entfernen kann leichte verschmutzungen und das produkt soll jetzt für mich kein ultra krasses abwehrverhalten erzeugen weil da würde ich dann eher aufs quickwax ausweichen aus reload oder aufs rapidwax wizard of loss slick nutze ich auch sehr gern erzeugt auch eine schöne lacklätte nicht das stärkste abwehrverhalten aber ich glaube das schreibt das schreibt der hersteller auch gar nicht rein bei einer produktbeschreibung und ist halt wirklich also finde ich als quick detailer super geeignet hat ein sehr angenehm badel kam duft und nach kaum wie hat die nutze ich auch gerne und ja das ist so ein produkt wo man sagen muss polish angel black wolvenite als aus der canaubart serie von polish angel das ist ein produkt wo man sagen muss ich bin mir nicht sicher ob das ein reiner detailer quick detailer ist ob man hier solches bezeichnen kann weil erzeugt halt wirklich ein sehr sehr starkes abwehrverhalten das ist auf einem niveau mit dem rapidwax würde ich mal sagen es hält auch für den detailer relativ lange das produkt aber nicht so lange wie das rapidwax ansonsten ist es sind beide produkte finde ich sehr ähnlich also wir haben aber halten fast gleich im verbrauch sind sie sehr ähnlich in der verarbeitung sind zugleich ja das einzige der black wolvenheit erzeugt noch eine gewisse lackabdunklung bei schwarzen lacken also eine gewisse kontrast anhebung des fahrzeuglackes das ist so das zweite was man als kriterium vielleicht stehen kann einen detailer oder quick detailer das hat eine gewisse farbauffrischung kontrast anhebung des fahrzeuglackes eben erzielt das ist beim black wolvenheit definitiv der fall aus meiner sicht beim gien zum beispiel eher weniger und beim wizard of gloss liegt konnte ich das jetzt so auch noch nicht feststellen ja aber wie gesagt der black wolvenheit also ich bin mir nicht sicher ob man ihn wirklich so als die reihen detailer quick detailer bezeichnen kann weil aufgrund des abwehrverhaltens würde ich mal eher vermuten dass es ein so eine art hybrid produkt ist also sprich detailer mit starken versiegelungsbestandteilen drinne was im grunde eigentlich ja kein reiner detailer oder quick detailer mehr wäre aber ich nutze ihn halt auch sehr sehr gern ja dann bei den nassversiegelungen somax extreme spray and protect nicht wunders die alte flasche noch denn dabei heißt es ja spray in ziel kriegt man eigentlich auch fast überall ist eine sehr schöne nassversiegelung einfach aufzutragen erzeugt ein schönes abwehrverhalten hat eine vernünftige standzeit also schönes produkt noch lieber nutze ich eigentlich das gien q2 im wetcoat das habe ich aber leider keine flasche mehr da das ist halt finde ich dem sonax sehr sehr ähnlich muss man sagen sie sind ziemlich auf einem niveau aus meiner sicht flüssig wachse habe ich so bislang ja noch nicht so getestet das einzige was man als solches bezeichnen kann ist sonax extrem brillant wachs 1 ist flüssig produkt wie man sieht auf dem applikator trägt man auf den lack auf verteilt und poliert mit dem tuch aus erzeugt wirklich ein schönes abwehrverhalten ist vom abwehrverhalten würde ich mal sagen auf selben niveau wie der sonax bsd aber im vergleich zum bsd erzeugt es eine schöne lackglätte muss man sagen es ist aber aus meiner sicht nicht ganz so chemieresistent und nicht ganz so von der standzeit wie der bsd ich würde mal sagen standzeit und chemieresistenz da als der bsd tatsächlich noch dem brillant fax ein bisschen überlegen aber trotzdem schönes produkt was ich auch gerne mal anwende ja bei den paste wechseln dadurch besangen nur drei aktuell getestet oder schon ausprobiert und da ist mir am liebsten soft 99 kiwami in der kloster variante weil ich hatte ein schwarzes auto habe lässt sich unheimlich einfach verarbeiten kinder leicht abnehmen erzeugt eine wirklich schöne lackglätte ein sehr sehr schönes abwehrverhalten hat eine gute standzeit also da hier ist es tatsächlich so dass der hersteller glaube ich ein herstand seit von drei monaten angibt und bei mir hat es auch immer so drei monate gehalten tatsächlich also hier kommt die standzeitangabe ziemlich genau hin also wirklich ein schönes wachs vor allen dingen auch nicht teuer also ich glaube um die 25 euro kostet jeder große pot und dafür was das wachs eben leistet ist echt ein guter preis der einzige kritikpunkt ist wahrscheinlich der geruch es riecht halt sehr chemisch also sehr stark nach lösemitteln aber gut ich sag mal aufgrund des geringen preises muss man halt auch absprich abstriche machen so richtig und wirklich ein schönes wachs ja colinite 915 markierte elegance hatte ich auch schon getestet das ist ein wachs ist wirklich tatsächlich mehr ein show wächst ist erzeugten schönen ja ich sag mal glanzeffekt auf dem lack man merkt halt schon dass der lack unheimlich also finde ich persönlich stärker glänzt wie beim kiwami ist aber eher eine subjektive einschätzung aus meiner sicht abverhalten ist in ordnung ist aber nicht überragend muss man ganz klar sagen auch von der standzeit her ich sag mal eher richtung ein bis anderthalb monate grob gesagt je nach fahrleistung es hat wirklich mehr ein show wächst aber auch einfach eine verarbeitung und das dritte wachs was ich schon getestet habe ist das mit thema da bis bitwax da muss ich halt sagen wenn es drauf ist erzeugt sind wirklich schönes abverhalten es hat eine gute standzeit eine gute chemie resistenz aber das problem ist halt wirklich eher der auftrag gerade bei schwarzen lacken und ich habe nur ein schwarzes auto da konnte ich das eben auch beobachten also der der auftrag geht noch aber die abnahme ist wirklich brutal schwer aus meiner sicht also ja spätestens am nächsten tag merkt man das hat man so an einigen stellen so eine art öligen film drauf auf dem lack den kriegt man zwar gut und schnell runter gewischt aber deshalb trotzdem da also das hatte ich zum beispiel bei mir gehabt deswegen auf dunklen lacken speziell schwarzen daten sehr schwierig in der verarbeitung also ich mag das wachs wenn es drauf ist sagen wir mal so weil es wirklich schön schönes abwehrfalten erzeugt schöne standzeit und so weiter aber ich hasse es das wachs aufzutragen gelände es acht weil es wirklich echt schwer abzunehmen ist deswegen soft 99 kiwami ist so mein persönlicher favorit im moment unter den wachsen bei den reifen fliegen hier unten aufgebaut mal da nutze ich sehr gerne maguiers endulance tire gel gibt es ja schon sehr lange auf dem markt ist kinderleicht eigentlich in der verarbeitung lässt sich gut verteilen hat erzeugt einen sehr schönen look geht eher in so nassen look sage ich mal so wet look effekt wie man das im amerikanischen sagt ist aber auch finde ich nicht übermäßig stark ausgeprägt und erzeugt ein schönes abwehrverhalten auch und gute standzeit dazu kommen noch dass das tier gel ob ihn sehr sehr geringen verbrauch hat also man braucht hier wirklich nur sehen eine sehr sehr geringe menge ich habe die flasche schon über zwei jahre und ihr seht wie viel raus ist also ich glaube wenn man sich eine flasche holt die kostet glaube ich zwar über 15 euro aber man kommt da locker drei vier jahre wahrscheinlich hin also die kriegt man fast nie alle dann jean q2 tire sehr sehr schöne reifenpflege lässt sich auch super einfach verarbeiten verteilen zeugt einen schönen look geht eher so in finde ich persönlich in so einen matten matte richtung sehr sehr schönes abwehrverhalten also von allen reifen pflegen so ziemlich die stadt stärkste abwehrverhalten und auch meiner meinung noch mit die längste standzeit dann feierbau die mit tiger coating wax das ist die matte version hier es gibt ja noch eine glänzende version ich habe jetzt die matte wenn ich mich recht entsinne erzeugt auch einen schönen look gute einfache verarbeitung schönes abwehrverhalten vernünftige standzeit kann aber standzeit mäßig nicht mit dem giren mithalten und ja ich würde sagen auch ein bisschen hinter mit ihnen hinter mc wires zurück von der standzeit im winter da habe ich stahlfelgen drauf auf dem auto drwack p21s reifengelanz spray in aerodosol flasche ist halt sehr einfach im winter eine anwendung ja man muss sich da nicht hinstellen und sich da die finger abfrieren wenn man die reifen pflege mit einem applikator auftragen möchte sondern einfach nur einmal um die feld um die reifenflanke aufspülen und gut ist und erzeugt einen schönen look mit finde ich fast schon ein bisschen richtung einen glänzenden look oder wet look effekt aber noch nicht ganz also so ein bisschen mehr als matt aber noch nicht ganz glänzend aus meiner sicht ja servseliger marge we want black pro dressing nutze ich auch gerne ist die matte version wenn ich mir recht entsinne es gibt ja noch eine glänzende version die ist ein bisschen anders und ja lässt sich auch super einfach verteilen erzeugt einen schönen look hält auch relativ lange finde ich hat aber zum beispiel zu nehmen vielleicht zu janebrücken kein schönes abwehrverhalten nun mal so aber ansonsten nutze ich das auch sehr gerne ansonsten was haben man noch in raum wo noch mal kurz noch eingehen was nutze ich hier sehr gerne kochchemie refresh cockpit care sehr sehr schöne kunststoffpflege schön schöne auch farbauffrischung hält auch recht lange also gute standzeit ist eigentlich ein klassiker fast schon genauso kochchemie asc ist ja im grunde so ein allzweckreiniger kann man sagen aber ein sehr milder allzweckreiniger die man halt auf sämtlichen oberflächen benutzen kann vor allen dingen auch auf tachoscheiben und navi displays also oder auch klavierlack also sehr sehr empfindlichen oberflächen deshalb so ein arounder gm preserve kunststoffpflege kann man sowohl innen als auch außen nutzen ist auch ein schönes produkt zeugt eine schöne farbauffrischung standzeit ist okay ich finde aber von der standzeit her ist es ein bisschen hinterm kochchemie zurück aber schöne farbauffrischung nanolex interieur cleaner die nutze ich vor allem bei etwas stärkeren verschmutzung im innenraum da finde ich hatte eine sehr sehr gute reinigungsleistung lässt sich gut aufschäumen mit dem pinsel und ja ich glaube jetzt auch für ich glaube jetzt so ziemlich sämtliche oberflächen geeignet ich glaube ich glaube für alle oberflächen ist der geeignet aber nutzen eigentlich auch nur auf kunststoff liquid elements insider in der einhorn variante auch sehr schöner einiger lässt sich gut aufschauen mit dem pinsel hat einen sehr angenehmen duft ich glaube zuckerwatte ist die duftrichtung bei einhorn mag ich sehr sehr gern und der lüftet auch sehr sehr gut und sehr schnell ab sonax extreme interieur detailer das ist so ein innenraum detailer also reiniger und pflege in einem sozusagen erzeugt eine sehr natürlich also erstmal hat eine gute reinigungsleistung nutze ich aber ja wobei leichten verschmutzungen also halt stauben abzunehmen oder wirklich wenn so ganz leichter schuhabrieb mal zu sehen ist an den türen dafür ist er ausreichend erzeugt einen sehr schönen natürlichen look also keine farbaufrischung jetzt aber sehr natürlich und riecht sehr sehr angenehm nach binaculada was eigentlich eine sehr eher seltene duftrichtung ist und sonax extreme kunststoff detailer das ist ein reines pflegeprodukt sehr sehr schöne farbaufrischung gibt ja im grunde bei dem finde ich so zwei varianten also entweder man trägt ihn auf und lässt ihn dann einfach ziehen oder ablüften dann geht das so vom look her fast schon in so einen red look effekt sehr nassen look wenn man ihn ein paar minuten ablüften lässt und dann mit dem tuch nochmal hinterher erwischt wird das produkt eher matter also hier hat man kann man im grunde beide varianten finde ich wählen ob eben matt oder wirklich so ein bisschen glänzend sehr schönes produkt riecht auch recht angenehm wobei ich jetzt die duftrichtung nicht genau definieren kann ja und bei polster und leder wellet pro classic carpet cleaner für stoffe und polstern nutze ich sehr gern den habe ich auch schon im haushalt benutzt also dann schon rot feinflecken aus dem teppich rausgekriegt schönes produkt genauso auch mit hoch chemie polster auch ein sehr schöner polsterreiniger funktioniert wirklich gut muss ich sagen kann man theoretisch wohl auch für jeder benutzen wobei ich den jetzt auch nicht benutzt aber auf stoff und polster funktioniert er gut und color lock glatt leder pflege set in dem fall für leder da seiten reiniger und pflege produkt in einem mit drin mit schwamm und mit einem tuch funktioniert immer wieder gut also da bin ich eigentlich sehr sehr zufrieden mit ja das sind meine übrigens produkte aktuell aus dem großen regal ja genau ansonsten mit keramik versiegelung habe ich so jetzt noch nicht gearbeitet also paste wechsel waren jetzt so bislang so dass ich sage mal maximum bei nack schutzprodukten ja und dann habe ich eigentlich alles gesagt und dann sage ich einfach mal in jahren